hallo hier ist der martin von meine manke ist dass die dachsanlöse für mittwoch den 27 3 2024 und unser dachs hat hier heute mal den schnelleren zug ausgepackt bleibt aber weiterhin auf der spur weiterhin im trend hat sich jetzt auch zum dienstag weitere hochs gegönnt noch mal oben drauf gespritzt und hier die 18 4 20 schon fast knapp erreicht dann ganz 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 wenige punkte gefehlt würde ich so aber erstmals abgearbeitet ansehen wir haben im unterordneten bereich auch schon einen kleinen rücklauf gesehen vom bereich oben weg sieht allerdings relativ flach aus das heißt ich würde hier stand jetzt auch erst mal zum mittwoch von ausgehen dass er das auch durchaus noch in neue hochs verwandeln kann ja also dann hier oben noch was drauflegen kann wir hätten jetzt hier auf 420 bereich 460 liegt auch noch was kleineres wird schon so auslassen also 532 wir haben ja gestern gesagt auf tagesebene sind die nächsten ziele um im größeren bereich die 420 dann die 600 und dann die 67 bereich um 67 wird er durchaus interessant hat und haben wir zwei gleich lange aufwärtswellen fertig die von hier kommen ja also die welle und die welle werden dann gleich lang das ist so etwa oben bei 67 und von daher ist das durchaus auch noch drin sind ja noch ein paar punkte bis dahin muss auch nicht direkt erfolgen könnte sich auch vorher noch mal ein bisschen eine kleine seitwärtsphase gönnen oder einen kurzen rücklauf gerade um bereich um 18 40 ist eine recht populärer rücklaufzone jetzt mittlerweile aber dafür braucht es ein umkehrsignal und dabei oder damit haben müssen wir es so handhaben wie die ganzen letzten tage und wochen ja auch ich weiß der es ist die manche leute gieren schon richtig drauf dass sie mir endlich mal einen tag unter die analyse schreiben können du hast ja heute überhaupt kein recht gehabt mit deinem long geschrei die ganze zeit da siehst du mal was du davon hast aber man muss einfach mal ehrlich sein ja also das geht ja nun schon seit wochen so und ich weiß gar nicht wie oft ich mit den mundfuß ich rede und ich weiß trotzdem dass mir ins gesicht gehauen wird sobald er ein tag wurde wirklich umfällt das muss halt jeder für sich selber irgendwo wissen was gesünder ist ob es vielleicht dann doch mal überlegung wert ist künftig einem sich eher ein bisschen versuchen trend orientiert auszurichten mehr zu versuchen mit dem markt zu handeln weniger das was man selber glaubt es ist für das eigene portmoney einfach besser also die erfahrung habe ich gemacht und mir hat auch noch nie jemand das gegenteil bewiesen ganz im gegenteil mir zeigen eigentlich die leute die sich da immer vehement dagegen stellen dass sie auch nur die ganze zeit verlieren halt weil das was sie da machen überhaupt nicht funktioniert und dann geht es nur noch darum dass man glück hat dass der ko nicht erwischt wird oder das konto noch reicht oder die subloss erhalten und das ist nicht trading halt wenn ich dann bloß auch da sitze und hoffe dass es reicht das ist nicht trading und so verdient man auf dauer kein geld weil irgendwann hat man einmal kein glück und wenn man dann halt das ganze konto schrottet oder ein großteil davon denn dann kannst du wochen monate super gut unterwegs sein wenn du das einmal vermasselt dann war alles für ein arsch die ganze zeit die man da reingefummelt hat war alles für die katz und es fängt immer damit an dass man sich irgendwann gegen den trend stellt wenn man mit der bewegung handelt und sich mit dem subloss und ohne den träger punkten absichert hat man gar nicht erst die möglichkeit dass man so krass versaut dass irgendwann die ganzen gewinne wieder weg sind das kann nicht passieren es funktioniert nicht ja und das nennt man risikomanagement das muss jeder wissen und man kann risikomanagement einhalten und trotzdem gegen den trend handeln die ganze zeit verlieren funktioniert am ende auch nicht ja muss beide zu ein bisschen kombinieren mit dem markt handeln und risikomanagement einhalten machen bestimmt auch irgendwann wieder ein seminar die leute bei uns drängeln schon bei mir passt das zeitlich bisher nicht so richtig habe auch noch hier bin jetzt noch mal ein bisschen unterwegs auch sind wir wieder auf zypern im april da mache ich kann ich auch kein seminar machen ich gucke mal ich mache mal ein sommerseminar im juni rum juni verfallen das wäre doch mal was schönes das lassen wir mal noch mal durch den kopf gehen muss man mit der frau die urlaubspläne noch abgleichen ja punkt ende thema aus ihr kennt das alles also nächsten ziele sind demzufolge nach hier auf tagesebene dass das nicht das ist nicht die tagesebene warte 600 die tagesebene hier haben die 5 32 und im kleineren vielleicht auch noch 4 60 erwähnenswert hier wenn die 4 20 überlaufen wird wir haben hier noch keine umkehrsignale ein rücklauf auf ja was denn hier 300 285 wäre zum mittwoch gar nicht mal schlimm ja wenn er sich jetzt hier noch ein bisschen nach unten auslädt 285 300 anstößt oder sogar vielleicht eher hochdreht hier auf unserer 3 35 und dann drückt sich wieder hoch wird sich direkt neue hochseinplanen und das so lange wie es geht egal wie hoch das ist und egal was indikatoren sagt und wie überhitzt und übertrieben das ist solange der markt das mitspielt holen wir uns da punkte und es ist einfach einfach auf so einer strecke geld zu machen es ist so einfach weil so viele private total viel geld verlieren weil sie nicht glauben es nicht wahrhaben wollen das nicht verstehen und dann einfach dagegen handeln und wenn 80 prozent wirklich instant die ganze zeit jeden tag noch verlieren während der hoch und hoch dann ist es ultra leicht als trader aus dem punkt das geld eben rauszuholen wenn man mit dem markt handelt und das muss es eben noch tun so mittwoch in dem sinne jetzt hier durchaus noch mit potenzial auf der oberseite donnerstag würde ich dann ein bisschen vorsichtlicher werden wir erinnern uns an letzte woche donnerstag der hat gut gegen gearbeitet das könnte diese diesen donnerstag noch ein bisschen ausgeprägt da von statten gehen ja also würde mich nicht wundern wenn wir uns mittwoch jetzt hoch stellen und den dann vielleicht sogar auch schon in wochen hoch finden gucken wir mal was würde gut reinpassen gut mehr kann ich euch nicht mitgeben ja also 300 285 unten support und ja oben die ziele sind klar bleibt vernünftig ja das beste was ihr machen könnt sichert positionen ab nehmt nichts über nacht mit was im minus liegt das ist auch eine super weisheit die mir selber damals viel geholfen hat davon weg zu kommen Ewigkeiten und drei monate und tage wochen und sonst was im minus nur zuzugucken bis irgendwann zu spät ist und man überhaupt nichts mehr machen kann ja also auch die ich kann mich gut daran erinnern der monate gehabt ja da habe ich keinen einzigen trade abgesetzt obwohl ich viele sachen schön gesehen habe warum weil ich die ganze zeit so eine scheiß position im minus hatte und einfach nur gehofft und gewartet habe bis die wieder ein gewinn kommt damit ich da wieder rauskomme aus der nummer und habe nichts keinen anderen potenziale wahrgenommen und so viel geld liegen lassen weil ich eben keine schönen trades noch irgendwo gemacht habe sondern einfach nur gewartet das ist sinnlos es ist zeitverschwendung das muss man sich abgewöhnen ja kommt da nicht drumrum kommt nicht drumrum wenn ihr damit geld verdienen wollt kommt nicht drumrum kommt wirklich nicht drumrum fangt besser eher an als später auch wenn es sich jetzt leicht redet weil es wirklich ein starker trend ist aber es ist ja auch immer wieder das gleiche ja und selbst wenn jetzt wieder zwei monate in der zeitwärtsphase kommt erzähle ich in drei monaten doch wieder das gleiche dann vielleicht in die abwärts richtung ja aber es ist immer wieder das gleiche weil alle immer gegen die bewegung gegen handeln immer immer wieder das gleiche ich mache deswegen hier aus wünsche euch viel erfolg gutes gelingen wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss bis dahin tschüss bis hin bis hin